Zu Unrecht beim Shoutout? GNT M-Sari Sauer auf Heidi Klum Das Duell ist eröffnet. 23, und, 23, müssen in der kommenden Germanys Next Topmodelwoche bangen, denn beide sind im gefürchteten Shoutout. Jurorin Heidi Klum, 44, lieferte eine denkwürdige Begründung für den Wackelstatus, und konnten bislang keinen Job einheimsen – dabei gibt es noch weitere Kandidatinnen, die noch keinen Kunden begeistern konnten. Aus diesem Grund ist auch Sauer auf. Auf Instagram machte die Hamburgerin ihrem Ärger Luft, ich muss sagen, dass ich damit komplett nicht gerechnet habe, weil mein Videos-Hut sehr gut war, mein Walk und die Rede auch gut ankamen. Die 23-Jährige fühlt sich offenbar ungerecht behandelt. Schließlich habe sie bisher einfach nicht die Chance bekommen, sich vor Kunden zu beweisen. Deswegen finde ich es krass, zwei Mädels ins Shoutout zu schicken, nur weil sie bisher noch keine Job-Einladung hatten, beschwerte sie sich. Ob diese Möglichkeit noch bekommt und gegen bestehen kann? Für die 22-Jährige ist diese besondere Drucksituation nichts Neues. Vor zwei Wochen hatte sie mit Mitstreiterin Gerda ums Weiterkommen gekämpft. Sie war beim damaligen Showting mit den nackten Männer-Models erfolgreich. Doch wie sieht es kommende Woche aus? Wer ist eure Favorit denn? Stimmt ab! Untertitelung im Auftrag des Zims